Hier kommt Kurt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay von World of Tanks. Diesmal bin ich auf der Map Erlenberg unterwegs in einem Angriffsgefecht. Wir sind die Verteidiger und ich bin mit dem neuen französischen Tier 7 Panzer, dem AMX 1357 unterwegs. Ja, ihr habt richtig gehört, ist kein Zahlendreher, ist nicht der 1375, ist tatsächlich der 1357. Das ist der neue Premium Tank der Franzosen, extra jetzt für die Wargaming League käuflich zu erwerben. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt, was ihr hier seht, das allererste Spiel, was ich mit dem spiele. Und ich habe mir gedacht, der ist sehr interessant. Also er hat acht Granaten in seinem Autoloader Magazin und die Granaten schießt er in einem Abstand von einer Sekunde raus. Also eine Sekunde zwischen den Granaten. Und die Ladezeit des gesamten Magazins ist gerade mal, ihr seht es selber, bei 15,32 Sekunden. Und das ist verdammt genial. Der Alpha-Schaden ist natürlich relativ gering, gerade wenn ihr in einem 10er-Gefecht seid. Also der Panzer, das ist halt ein leichter Panzer. Der kommt von 8er ins 10er-Gefecht. Also Minimum ist das 8er-Gefecht. Und ihr seht, ich mache hier ungefähr so 80 bis 90 Schaden pro Schuss. Das ist wirklich nicht viel. Aber ihr seht, wie schnell ich das hier raushauen kann. Und damit kann ich natürlich die Panzer richtig ärgern, die gegnerischen Panzer. Und ja, wie gesagt, 15,32 Sekunden. Dann ist das komplette Magazin wieder vollgeladen. Ich fahre wieder hier hoch und versuche mal aufzuklären. Ja, eins noch zu der Bemalung. Also die Bemalung, die kann man nicht ändern. Also man kann hier auf diesen Panzer keine weitere Tarnung draufkaufen. Der hat immer diesen weißen Streifen am Turm an der Seite. Aber ich habe schon den Bonus, den eine Tarnfarbe hätte. Die ist schon bei dem Panzer automatisch mit drauf. Da muss man nichts nochmal extra kaufen oder so. Insofern ist es eigentlich völlig egal, ob der jetzt eine Tarnung drauf hat oder nicht. Diesen Tarnbonus hat er auf jeden Fall schon mit dabei. So, ich habe jetzt hier gesehen, der AMX 1375 und der Komet. Und versuche da mal ranzukommen. Natürlich fahre ich hier noch so ein bisschen vorsichtiger erst mal. Denn ich weiß überhaupt noch gar nicht, wie es sich so verhält mit der Gun Depression und allem Pipapo. Das muss ich natürlich erst rausfinden. Wie gesagt, ist jetzt das allererste Spiel in dem Fall hier mit dem. Ich fahre jetzt einfach mal weiter hier auf den Hügel. Und da wurde auch der Kärnavon aufgedeckt. So, der hat mich noch nicht gesehen. Aber ich kann schon schön auf ihn schießen. Ein bisschen Schaden konnte ich machen. Allerdings weiß er jetzt, wo ich stehe. Ja, und dieser Panzer hat natürlich auch keine Panzerung. Ist halt ein französischer Panzer. Ist wirklich vergleichbar mit dem AMX 12-Tonner oder wirklich dem AMX 1375. Also, man muss da schon wirklich aufpassen. Da geht jeder Schuss durch. Hier war ich etwas unvorsichtig. Hab einen Treffer kassiert. Einen kritischen Treffer. Die Turmsteuerung ist defekt. Aber ich habe hier halt versucht, noch ein bisschen aufzuklären. Der Jagdpanzer 2 oder der Jagdpanzer 2. Der wurde ja auch hier irgendwo gesichtet. Jetzt sehe ich gerade, dass der Kärnavon sich wieder um ein anderes Ziel kümmert. Und da konnte ich schön draufhalten. Und jetzt lade ich einfach nochmal nach. Eine Granate im Magazin ist jetzt nicht wirklich viel. Einfach nochmal auffüllen. Und dann gucken wir mal, was hier noch so steht. Der T-44 wurde aufgedeckt. Und jetzt sehe ich hier Löwe Jagdpanzer 2. Und keiner guckt auf mich. Und ihr seht, der Durchschlag, der ist auch wirklich sehr gut. Bis der Löwe überhaupt gerafft hat, dass der von der Seite von mir beschossen wird, da habe ich ihm hier schon über 600 Schaden zufügen können. Ja, die Gundipression ist natürlich nicht so pralle bei dem Panzer. Liegt halt daran, das Geschütz, also das Rohr ist sehr lang, der Turm ist sehr weit hinten. Und dadurch kommt man natürlich vorne nicht so weit runter mit der Gund. Aber der Löwe guckt schon wieder nicht zu mir. Jetzt konnte ich zwar nur Eintreffer reinsetzen, aber egal. Treffer ist ein Treffer. Und ihr seht, das ist Wahnsinn, diese Schussgeschwindigkeit. Das ist echt der Hammer. So, letzte Granate nochmal in den Jagdpanzer 2 reingejagt. Und jetzt lade ich wieder nach. Mittlerweile ist der Jagdpanzer 2 auch rausgenommen worden. 11 zu 6 steht es. Und wir haben hier die rechte Seite, also die rechte Seite von der Minimap aus gesehen, ganz gut leer geräumt. So, da steht der Typ 58. Da habe ich es vielleicht aufgefallen. Also man muss wirklich mehr einzielen. Also man wird sehr schnell verleitet, schnell zu schießen, obwohl man noch gar nicht richtig eingezielt hat. Es bringt nichts. Aber wie gesagt, das sind natürlich Erfahrungswerte, die man im Nachhinein macht. Im ersten Spiel war man erstmal nur, wollte man nur mal gucken, wie das so geht. Ich hatte eigentlich wirklich ein ganz gutes Gefühl bisher. Also Schaden habe ich ja bisher laut meinem Modpack gemacht von 2600 knapp. Das fand ich schon recht ordentlich. Und hier sehe ich den Panther 2. Und der hat natürlich einen sehr harten Turm. Und da wurde er schon rausgenommen. Da übrig sind noch der STA 1 und der T25 2. Da versuche ich nochmal ein bisschen was abzubekommen. Aber der T25 2, der wird schon so in die Mangel genommen. Der ist auch gleich raus. Und das war's. Wir schauen uns gleich mal die Ergebnisse an. So, hier sehen wir die Ergebnisse der ersten Runde mit dem AMX 1357GF. Was mich ganz besonders freut. Allererste Runde und dann gleich ein Panzerass. Das hat man auch nicht alle Tage. Das habe ich bisher erst einmal gehabt mit dem, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es der AT-15 war oder der AT-15A. Einer von den beiden. Da hatte ich das mal. Aber wie gesagt, das hat mich wirklich ganz besonders gefreut. Gut, ich denke mal, dadurch, dass hier noch nicht allzu viele gefahren haben, wird das erste Panzerass bei dem hier noch nicht ganz so schwer sein. Aber den Schaden, den ich hier gemacht habe, das muss man auch erst mal hinkriegen, die Menge. Also man muss die Möglichkeit haben. Ich hatte das Glück, dass da an dem Hügel wirklich Gegner standen, die mich eigentlich kaum wahrgenommen haben. Und wirklich, wo ich schön draufschießen konnte. Das war mein Glück in dem Fall. Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn man mal so ein Panzerass einfährt. Deswegen einfach mitnehmen, was kommt. Ja, außerdem gab es hier noch das Wirkungsfeuer. 72.133 Credits habe ich eingefahren. 3.450 Forschungspunkte gab es dann insgesamt im Teamscore. Schauen wir uns mal an. Da bin ich bei den Forschungspunkten auf dem zweiten Platz. Und vom Schaden her bin ich hier auf dem dritten Platz. Hätte ich wirklich bei den ersten zwei, drei Schüssen nicht gedacht. Denn wie gesagt, der Alpha-Schaden, habt ihr ja selber gesehen, ist sehr, sehr gering. Und im detaillierten Report schauen wir mal. 50 Schuss habe ich abgegeben. 36 davon waren Direkttreffer. Von den 36 Direkttreffern sind 29 durchschlagen. Wie eben schon erwähnt, 2.578 Gesamtschaden. Aus einer Distanz von mehr als 300 Metern habe ich 271 Schaden machen können. Zwei Treffer habe ich bekommen. Die sind natürlich beide durchgegangen bei dieser Papierpanzerung. Einen Gegner habe ich aufgeklärt. Sechs Gegner habe ich beschädigt. Einen habe ich zerstört. Und mein Assistenzschaden, der liegt bei 98. Von den 72.133 Credits sind nach Abzug aller Kosten 39.953 Credits übrig geblieben. Und ja, da das das allererste Gefecht war, war es natürlich auch der erste Sieg des Tages mit den Zweifacherfahrungspunkten. Plus den Premium-Bonus sind wir hier bei 3.795 Forschungspunkte. Und die sind erstmal in die Mannschaft reingegangen. Ja, diesen Panzer, den könnt ihr noch käuflich erwerben im Wargaming-Shop, im Premium-Shop. Da gibt es zwei Pakete. Einmal eins für 29,99 Euro. Da gibt es dann einen Garagen-Stellplatz dazu. Plus 3.000 Gold und drei Tage Premium-Spielzeit gratis. Oder was heißt gratis? Dazu natürlich. Und einmal gibt es das als großes Paket für 49,99 Euro. Da gibt es ebenfalls einen Garagen-Stellplatz. Allerdings 6.600 Gold und 37 Tage Spielzeit. Ich habe mir das kleine Paket geholt und ich weiß nicht, ob es diesen Panzer auch noch auf dem Testserver gibt. Also interessant ist er auf jeden Fall, wenn ihr Autoloader mögt, wenn ihr leichte Panzer mögt, wenn ihr die Franzosen mögt. Dann denke ich mal, kann man da durchaus mal einen Blick drauf werfen. Diesen Panzer, den gibt es noch bis zum 4. Mai. Also habt ihr noch ein bisschen Zeit zu überlegen, vielleicht noch ein paar andere Let's Plays von anderen Spielern anzuschauen. Und ja, dann müsst ihr das eben selber entscheiden. Ob ihr dazu schlagt oder eben nicht. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in der nächsten Runde mit einem anderen Panzer. So, willkommen zu Runde 2. Diesmal auf der Map Tundra. Wir spielen in einem Standardgefecht und wir spielen von oben nach unten. Diesmal bin ich unterwegs mit meinem Clan-Kumpel Hein Einbein. Hein fährt in seinem deutschen Tier 9 schweren Panzer, dem E-75. Ich fahre in einem Tier 9, dem britischen schweren Panzer, dem Conqueror. Und wir sind beide nicht Top-Tier, also Tier 10 ist das Top-Tier. Und unser Plan war jetzt hier zuerst auf die 1er, 2er Linie zu fahren. Also die Linie, wo eigentlich die schweren Panzer in der Regel hinfahren sollten. Hier gibt es eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem E-100. Keiner von uns will nachgeben. Aber letztendlich hat es ja doch noch geklappt. So, ich fahre jetzt hier weiter. Der Aufklärungspanther, der hat den M41 Bulldog aufgeklärt. Ich habe den Bulldog jetzt getroffen, aber konnte keinen Schaden machen. Und jetzt fährt er tatsächlich nochmal zurück und kriegt gleich eine Kelle von über 400 von mir. So, jetzt kriege ich hier tatsächlich in voller Fahrt einen Treffer von der Artie. Die macht mir auch gleich mein Moonlager kaputt. Man muss sich jetzt meinen Frust an dem M41 Bulldog auslassen. Ich konnte den Bulldog rausnehmen. Das Moonlager habe ich hier noch nicht repariert. In dem Fall, weil ich einfach noch nicht wusste, wofür ich mein Repkit vielleicht noch verwenden muss. Deswegen habe ich es erstmal sein lassen. Jetzt kriege ich hier eine Kelle von dem SU-122-54. Den hatte ich da ja auch gesehen. Allerdings habe ich vorher ein bisschen rüber geschossen. Da ist ja der Zaun hier im Weg. Jetzt warte ich mal ab, dass er vielleicht wieder rauskommt. Allerdings ist links vor mir im Wasser irgendwo da der KV-4. Da habe ich mir gedacht, dann holst du dir erstmal den. Hat jetzt auch ganz gut gefressen. Stand schön seitlich von mir und ich konnte ihn auch letztendlich rausnehmen. Und da vorne kommt auch noch ein E-50M. Der Gegner. Und die hat einen Treffer von der Arti kassiert. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal mit dem Hain zusammen um die SU. Und der kriegt es wirklich von allen Seiten. Also der hat ja gar keine Chance mehr. Und gemeinsam konnten wir ihn rausnehmen. Jetzt kümmern wir uns hier um den E-50M. Der E-50M ist eben an mir abgeprallt, Gott sei Dank. Also ich sage mal, das sind vielleicht noch zwei, maximal drei Schuss. Und dann bin ich auch geschichtet. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Und jetzt, wenn ihr auf die Minimap guckt, was ich hier wirklich total verpeilt habe. Unser eigentlicher Plan war die Linie 1 und 2. Ich habe hier in dem Spiel tatsächlich auch nicht mehr so auf die Minimap geachtet. Und da sind jetzt der IS-8 und der gegnerische IS-3 praktisch die Linie durchgeflutscht, wo wir zuerst langfahren wollten. Aber hier sind auch noch genügend Gegner, um die wir uns kümmern. Und insofern, ja wie gesagt, zu spät bemerkt im Spiel. In der Hektik. Und deswegen kümmern wir uns hier um diese Panzer. Können auch ganz gut Schaden machen eigentlich. Aber trotz unserer Unaufmerksamkeit werden unsere Teamkameraden mit der IS-8 und der IS-3 klarkommen. Und insofern war das jetzt nicht ganz so schlimm im Nachhinein natürlich. Also hätte auch anders ausgehen können. Und jetzt rücken wir weiter zur Mitte vor. So, da steht die erste Artie. Das ist ein One-Shot gewesen für mich. Gleich weiterfahren, bevor mich hier noch eine andere Artie beschießt. Hinter mir ploppt jetzt der GW auf E100 auf. Aber von hier komme ich nicht ganz ran. Und da entfleuchte ich da hier hinter so einem Felsen. Der mir, ach Mist, fährst du mal hinterher. Da ist keiner in der Nähe. Um den Jagdpanzer können sich die anderen drei bis vier Panzer hier kümmern von uns. So, da ist er wieder. Und ich muss natürlich aufpassen, der guckt jetzt genau in meine Richtung. Und das ist auch nicht ungefährlich, sich hier so vorzuluken. Also der könnte mich hier glatt rausnehmen. Aber der war wahrscheinlich noch im Nachlademodus. Deswegen hat er nicht schießen können. Jetzt fahre ich wieder zurück und unterstütze den Hain. Da ist noch ein E100 zu sehen und ein Centurion 7.1. Und der WZ, der ist momentan die ganze Zeit unsichtbar gewesen. Aber ist da das letzte Mal auch in der Nähe gesehen worden. So, und da steht der E100 so richtig schön seitlich zu mir. Er kriegt natürlich auch gleich einen kassiert und das war es jetzt auch für ihn. Also fix runterfahren zum Centurion. So, da war der T110 E5 etwas schneller als ich und hat den Centurion rausgenommen. Der WZ ist da nicht mehr, wo er zum Schluss gesehen wurde. Ist ganz klar, es ist ein schneller Panzer. Da wäre ich wahrscheinlich auch woanders hingefahren. Mal gucken, ob wir ihn noch finden, bevor durchgecappt wird. Aber ich muss sagen, wenn immer nur ein Gegner ist, finde ich cappen jetzt auch nicht so pralle. Aber ich sage mal, vielleicht ist das noch eine Mission von demjenigen, der im Cap-Kreis steht. Und insofern ist es auch okay. Sieg ist Sieg. Und wir haben ja noch 30 Sekunden Zeit knapp. Vielleicht finden wir den WZ noch und können den dann noch rausnehmen. Der Hain ist mittlerweile auch aus dem Cap-Kreis rausgefahren. Aber der Jagdpanzer, der macht, glaube ich, keine Anstalten mehr, hier aus dem Cap-Kreis zu fahren. Also es geht jetzt hier nur noch um Sekunden. Ich glaube nicht, dass wir den WZ noch erwischen. Der sieht natürlich zu, dass er sich irgendwo versteckt und das Gefecht irgendwie noch überlebt. Denn ausrichten kann der auch nichts mehr. So, da wurde durchgecappt. Wir haben gewonnen 14 zu 6. Und wir schauen uns gleich mal die Ergebnisse an. So, hier sehen wir die Ergebnisse der zweiten Runde mit dem Conqueror. Ich habe hier das Überlegenheitsabzeichen der zweiten Klasse bekommen. Dann habe ich einmal den Kämpfer, das Wirkungsfeuer und den Schläger bekommen. 54.556 Credits gab es. 4.716 Forschungspunkte im Teamscore. Sieht das wie folgt aus. Mit 3.421 Gesamtschaden bin ich auf dem ersten Platz. Der Hain ist mit 2.793 Gesamtschaden auf dem dritten Platz. Und bei den Forschungspunkten haben der Hain und ich sogar die ersten beiden Plätze belegen können. Und im detaillierten Report schauen wir mal rein. 15 Schuss habe ich abgegeben. 13 davon waren Direkttreffer. 11 haben durchschlagen. 3.421 Gesamtschaden konnte ich machen. Aus einer Distanz von mehr als 300 Meter waren es dann 414. 5 Treffer habe ich kassiert. 3 Treffer sind durchgegangen. 2 Treffer sind nicht durchschlagen. Meine Panzerung hat 780 Schaden abgewehrt. Ich habe 2 Gegner gespottet, 9 Gegner beschädigt, 4 Gegner zerstört. Und mein Assistenzschaden, mein Gesamtsassistenzschaden, der liegt bei 501. Von den 54.556 Credits sind nach Abzug aller Kosten 27.679 Credits übrig geblieben. Und das war schon ein älteres Replay. Deswegen gab es hier noch den Dreifachtagesbonus, den ich noch einfahren konnte. Und da blieben dann halt, oder sind dann halt 4716 Forschungspunkte zusammengekommen. Und die gehen natürlich für die Forschung in den Nachfolger, in den Tier 10er dann rein. Aber da dauert es noch, bis ich den habe. Wenn ich den habe, zeige ich den euch auf jeden Fall natürlich auch in irgendeinem Let's Play mal. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal Ciao. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.